Guck, es fehlt nur noch grün, ich bin auf orange, mir fehlt nur noch grün. Ruhig. Zack. 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 Nei. Zack. 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 Demen soll so ein bisschen entspannt, weißt du? Klar streiche ich viel rum und so, aber ich glaube, so Storygame ist glaube ich ganz geil. Morgen 60 Uhr, Jungs. Pro Minute Verspätung hau ich einen Sub raus, okay? Pro Minute Verspätung hau ich einen Sub raus. Nächsten Tag. 12 Uhr machst, hat das meine Woche gerettet, Ausrufezeichen Doppelpunkt, D-Stu. I'm safe, Jungs. I'm safe. Guck mal, ich kann eingeben, was ich will. Es ist alles... Es ist fast alles safe. Guck mal, Jungs, ich möchte mich dazu äußern, okay? Ich habe, ich habe, ich habe... Guck mal, Seraphine ist ein League of Legends Charakter. Chat. Chat. Pog. Pog. Chat. Ah. Mysteriös. Mit wem Neues an mich... Kommst du auf Fastlife? Nie, aber auf deiner Mutter länger. Hast du gesehen, wo ich dich gezeigt habe? Nein. Und zwar hat jemand einen Clip reingeschickt, der das Wochenende mit meiner Freundin mir eigentlich sehr, sehr gut beschreibt. Und zwar sah das von uns ungefähr abends so aus. Also das hier ist die Lieder, okay? Und das Bier bin ich. Und wisst ihr, wie die Abende noch aussahen? Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin Kevin. Baby, mein Popo, kannst du... Kannst du der große Löffel sein? Bitte? Das stimmt nicht. Schneiden wir raus. Du hast keinen Schlüssel für die Kiste, oder? Das ist jetzt nicht dein ver-f***ter Ernst, Alter. Das ist jetzt nicht dein ver-f***ter Ernst, Alter. Digga, das Zuh-Kön-Rohr ist ja so hässlich. Wer auch immer die MP5 so verunschaltet hat, digga, ich konnte dir grad nicht spielen, sag ich dir ehrlich. So, von vorne sehe ich aus wie so ein Milch-Pubi. Aber von hinten denkt man so, okay, was ist das denn für ein gefährlicher Assi? Ist der bei den Hells Angels? Und von vorne denkt man so, digga, was für ein Sch***gamer, der ist fett und hässlich. Lieber Bräutigam, möchten Sie die hier anwesende Braut zu ihrer rechtmäß getreuten Braut nehmen? Ja, ich will. Und Sie, liebe Braut, möchten Sie den Herrn anwesenden Kevin Bangers zu ihrem rechtmäßigen Bräutigam nehmen? So, antworten Sie bitte mit. Ja, ich will unbedingt. Ja, schön. Perfekt. Sie sind also beide... Was ist denn hier, Leute? Moin. Versteh ich nicht. Versteh ich überhaupt nicht. Alle Kopf... Ah, es geht wieder. Nein. 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 Ey, Freundin, vertraust du mir? Ja. Dann mach die Augen zu und streck die Hände nach vorne. Okay, sehr gut. Okay, nicht die Augen öffnen. Achtung, es wird schwer. Was ist das? Okay, schön festhalten, schön festhalten, bist du bereit? Das ist so scheiße. Äh, Elina, wir müssen nachher ein kleines TikTok drehen, ich hab da eine Videoidee. Der Lord Kevin Bangers steht hier drauf. Richtig. Der Lord Meister. Guten Tag. Na komm ich. Guten Tag, so wir haben ein Volkensproblem hier. Auf, warte! Das Ding ist so. Hallo, ich bin hier. Amo nach Kolumb, warte noch auf die Slater, du Hule. Egal. Nein, 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 nein. Kann ich nicht tun. Alter, ein Glück, dass wir den Vietnamkrieg gewonnen haben, du Hunde. Können Sie jetzt mal ruhig sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, NEEEN! Auto muss bis zum Ende geguckt werden. Das ist doch nicht unser impedance. Bitte, 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 bitte auf Bitte, bitte, nein Ich muss weglaufen sonst bin ich sack Oh mein GOOOO build NEEEEEIN! NEEEEEEEEEIN NEEEEEEEEEIN Ja, aber nach zwei Wochen ist es halbwegs wieder gut Als er fängt das Spiel wieder von vorne an Hey, where you cross up The melody Aerosoph, ich hab dich gefunden, Bruder Was machst du hier? Ich soll dich zurückbringen Ich kann nicht wieder zurück Ich habe tausende von Jahren Musste ich in die Hölle Voll, voll Ich kann das einfach nicht mehr Ein paar Sekunden später Geh zurück in die Hölle Warum soll ich... Ach, Bruder. Steh auf. Panik, Bruder. Panik. Jetzt muss dir ein Mensch vorhelfen. Ich hab dir doch gesagt, du hast keine Fähigkeiten mehr. Ah, Lucifer, was passiert da mit mir? Wieso tat das weh? Ein Engel, der sich vor dem Mediziner behandeln lässt. Digger, guck, 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 guck. Er ist einfach ausgedient. Paramedic. Ich springe aus dem Auto raus mit einer Schusswunde im Kopf. Sind hier irgendwie... Weisen sie dieses kranke Schwein ein. Lucifer, er redet sich irgendwas von Engeln oder so. Du musst mir alles erklären, jetzt fahren los. Im Ende-Deal, beruhig, dir wird geholfen. Dir wird geholfen, im Ende-Deal. Der Kollege hier vom XFYB wird sich gerne bei uns bewerben. Erzählen Sie mal bitte. Hä, der ist doch wieder eingestellt. Der wird doch wieder eingestellt. Es reicht dann auch einmal mit den Anschuldigen jetzt hier, ne? Kollege, es reicht auch einmal mit den Anschuldigen jetzt hier, die ganze Zeit. Hallo, junge Dame. Wie heißen Sie? Sie sehen aus wie Tomb Raider. Was geht? Hi. Einmal bitte zur Seite. Wenn du Geld hast, darfst du die Frau haben. Finish it. Hallo. Hallo, Junge Dame. Mein Name ist Kevin Bengers. Ich würde sie gerne kennenlernen. Sie haben... Und die werden unsichtbar, diese Dinger. Real Talk. Wer hat mich runtergeschubst? Runtergeschubst. Alter, das war ein Admin oder so. Ohne Scheiß jetzt. Chat, wir machen das jetzt mit. Let's fucking go. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei. Eins, zwei, drei. Okay, Leute. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ja, noch. Halten, 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 halten. Ja, super. Ja, der dritte Schritt ist dann die kindliche Verspieltheit. Sehr gut. Sehr gut. Yeah. Und nochmal alle. Sehr gut. Sehr gut. Yeah. Und jetzt kommen... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das ist doch ein bisschen creepy, Digga. Baby, das mit dir und mir geht viel zu weit. Fick auf diesen Heart, Baby, fast live. Hey, Baby, schau mir in die Augen. So viel fragen kann ich dir auch nur ein einziges Wort glauben. Ja, die Zeit zieht jetzt so schnell vorbei. Du, nicht zu zweit, nein, wir können nicht alleine. Nicht alleine. Nimm dich mit auf meine Reise.